Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen die Welt China und befinden uns in dem Level Dorf der Schmieden. Wir spielen die Welt und befinden uns in dem Level Dorf der Schmieden. Wir spielen die Welt 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 der Schmieden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.